So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. TTT Und Kutscha ist leider krank. Wünsche ihm alle gute Besserung. Ich tolle Herzchen in den Chat wie bei Mr. Mike AP. Und ja, Vleskis dabei. Grüß euch. Perfekter Ersatz. Ihr liebt und hasst ihn. Was anderes gibt es ja bei euch auch nicht. Und... Ja, wir... Die Map hatten wir wirklich noch nicht, oder? Ne. Soda, du bist wieder sehr leise. Willst du dich wieder umsetzen? Ach, halt einfach den Maul. Oh, lol. Witzige ist, bei der... Folge von mir, da habe ich doch so mega gestruggelt, ob ich Vlesk umbringe. Erinnert ihr euch? Und ich habe mich dann dagegen entschieden und alle schreiben, alter, lass dich nicht von Hand of Random Kill Irritieren. Bring ihn einfach um. Vertrauf deinen Instinkt. So, alle. Ganz Kommentare. Dann gucke ich bei Sola und alle so... Oh, dieser scheiß Head of Random Kill. Haben wir eigentlich alle unterschiedliche Viewer oder wollen die uns einfach nur aufeinander aufhetzen, alter? Ich glaube, das ist echt so wie... Keine Ahnung. Als ob man... Ich weiß nicht, dass die alle so gespaltene Persönlichkeiten haben und die in den verschiedenen Videos rauslassen, so. So, und ich habe dann, in dem Moment würde ich für mich entschieden, fickt euch alle. Ich mache jetzt einfach nur das, was ich denke. Scheiß drauf, ob ihr zufrieden seid oder nicht. Müsst halt mit Leben, ansonsten könnt ihr ja TTT bei Gronkh oder so gucken. Der macht das ja auch. Ja. Ja. Die Frage ist ja auch immer, ob du Leute nur umbringst, wenn du wirklich einen Beweis hast, oder ob die Leute einfach umbringst, wenn du... Wenn ich Verdacht habe. Weil die Sache ist, wenn jeder dann auch Verdacht umbringt, dann sind die Runden halt irgendwann ziemlich Clown-Fieste, glaube ich. Ja. Ach, das muss halt immer im Maßen sein, einfach. Ne, ja. Ja, vor allem, wir haben ja schon das System mit dem Karma, dass man ultra hart bestraft wird, wenn man... Wow, you're friends! Fuck my life! Ei, ei, ei! Ah, ich brenne! Ah, ich bin gegen die Wand geschmissen! Ah! Wer hat die Granate geworfen, Alter? Ich habe so viel Schaden bekommen. Kevin hat sich gerade selber umgebracht. Er stand in einem Raum, wo es irgendwie 10 Millionen Granaten in einem Regal gibt. Und ist immer zum Regal, vor die Tür, hat geschmissen, zum Regal, vor die Tür hat geschmissen. Ich gucke das so 30 Sekunden lang zu und auf einmal schmeißt er so eine Feuergranate gegen den Türrahmen und bringt sich um. Was passiert, ne? Das sind halt unglückliche Gegebenheiten, ne? Johnny ist es, Johnny ist es! Warum? Seid ihr hier im Untergrund? Ah, hier ist Kevin, okay. Wer hat jetzt wegen... Johnny hat... Johnny hat Flesh getötet. Ich habe überhaupt nichts gemacht! Warum hast du ihn dann umgebracht? Warum? Warum sagst du dazu nichts? Missgeschickt, Jungs, sorry. Dann war ich nicht. Alter... Ja, geil! Geil, geil, geil. Das geht ja jeden mal. Außer sehenden Typen rum... Oh, ich wollte gerade QE machen, wie bei PUBG, so um die Ecke gucken. So, das heißt, Sola und Johnny sind Traitor. Äh, das könnte man so interpretieren. Ich weiß ja nicht, würde er dem nicht glauben. Wow! Hi! Hä? What the fuck? Hä? Ich hab dich aus dem Winkel... Irgendwas außer dieser fucking Sniper... Hä, das war ein toter Winkel für mich und du trittst dich? Alter, ich stehe da unten im Kanal und guckst du Johnny an und der steht auf dem Fleck. So, was macht der da? Und dann trinkt er erstmal so einen Energy Drink, ey. Jo, und der dachte, du rülpsst mir ins Gesicht. Deswegen warst du auf der Liste. Was soll ich machen? Du hast mir einfach ins Gesicht gerülpsst. Und geschossen. Äh, Max übrigens, danke dafür, dass du Freitag hochleidst. Ja, kein Problem. Der Johnny hat ja wieder gut zu tun. Bei dir kommt's Samstag. Ja, warum eigentlich nochmal? Ich hab's wieder vergessen. Ich hab... Weiter kommt mein Magic Video. Ah, da müsst ihr unbedingt vorbeigucken. Magic the Gathering. Zock ich seit ich 7 bin. Gönnt euch bei Johnny. Das ist ja wie bei Yu-Gi-Oh, oder? Ich bin Mastermind bei Magic. Ich hab Magic noch nie gespielt in meinem Leben. Wie geil. Aber viel Yu-Gi-Oh? Viel Yu-Gi-Oh, ja. Ja, stell dir vor Yu-Gi-Oh. Nur 10 mal deeper und kompetitiver. Ich bin eher so der Mamao-Typ. Ja, ich eigentlich auch mit meinen Eltern. Was ich bei Magic nicht ganz so mag, ist, dass der mit den teureren Karten nicht zwangsläufig gewinnt. Das ist echt doof. Weil jetzt, wo ich Geld bezahlen kann, ist halt aber echt so. Oh nein. Bei Yu-Gi-Oh ist das leider so. Und bei Kevin. Soldat, was verfolgst du? Ja, ich hab dich beobachtet mein Junge. Aber ich hab nur die geläutet. Der Tag ist gerettet. Lass mich mal durch, ich will die Waffe hier haben. Hau rein. Ich bin wieder bei meinem Lieblingsraum. Ich muss erstmal die Map entdecken. Schlebst du noch? Ja, ja. Ich bin bei Sola gerade. Goll. Hallo. Machen wir ein Team? Ich muss einmal schießen, weil mein Mauszeiger irgendwie angezeigt wird. Na gut. Ja, was ein Zufall. Ah! Nein. Ich hab ja niemanden abgeschossen, dass mein Mauszeiger weg ist. Boah. Ja. Das ist ja mal voll cool, Jogi. Wer ist denn hier, Alter? Was ist denn du? Was hast du gerade geguckt? Hast du was gerade geshoppt gerade? Nein. Ja, wenn du mir jetzt einen Rücken wolltest, ne. Hm. Ich geh dir jetzt einen zämigen Headshot geben. Ich hab doch gerade gesagt, ich entdecke die Map. Da geh ich noch links um die Ecke. Achso. Es bleibt nicht so groß, da finde ich wieder irgendwas nicht. Ne, ist nicht so groß. Warst du schon im Unterkunft? Warst du, ne? Ja, das hab ich geschafft. Jo, da hat Kevin sich erfolgreich sappt. Dachtest du eigentlich, ich hätte dich irgendwie umgebracht? Nee. Ja, weil du einmal auf mich geschossen hast. Nee, das war dann später. Ja, weil ich hab richtig erschossen, dass du mal hinter mir bist. Irgendwann, es hat halt, ich hab halt die Granate geschmissen und das hat mich so hochgepusht. Auf einmal hat es mich so gepusht, dass meine Kamera auf dich zeigt. Dann hab ich mich richtig erschrocken. Ich dachte, du schießt auf mich. Und dann irgendwie, keine Ahnung, ich war fertig. Okay. Aber ich hab dich mit Absicht geschossen, dass ich auf dich. Ich bin verbrannt. Okay. Ey, die sind ein richtiger Tunnel. Weiße. Alter, das Parkhaus ist aber auch riesig, ey. Wohl geht eigentlich nicht, oder? Wollen so viele Türen, die nicht aufgehen? Leben alle noch? Flask? Wollen wir leben. Lola? Jo. Das Sola kann auf jeden Fall schon mal nicht Traitor sein. Hätte sonst das Feuer schon mal eröffnet. Oh, wen hab ich hier? Hallo. Hey, ich seh nur Flask die Runde. Ah, Flask und Sola sind's. Auf mich würde ich... Okay. 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 Ja, gut. Das ist dann wohl Flask und Sola wirklich. Die waren ja zusammen. Oder du hast die Runde, während du redest. Aber er war schon Next Level, ey. Jo. Einfach, ohne aufzuhören, mitten im Satz. Ja, ich hab halt leider keinen Beweis, dass du es nicht warst. Weil du warst halt leise so, ne? Ich bin's nicht. Ja, das stimmt. Aber... Hat auch keinen Sinn. Ich würd's ja sagen, wenn ich's wäre. Ja, gut. Das stimmt schon. Wo war denn, äh, Max? Weiß das wer? Neu Kevin. Ah. Flask, Flask, Flask! Zum Glück sack der. Hast du ihn? Ne, aber er ist super low. 10 HP oder so. Ja. Du bist super low. Du Traitor. Hab ihn. Nice. Ja, der nächste ist dann wahrscheinlich Sola. Ah, ne. What the fuck? Oh, scheiße. Fuck my life, Mann. Das passiert mir so oft. Wirklich, wir... Wirklich, wir... Wirklich, irre. Aber... Weißt du, da kommt halt einer um die Ecke. Und ich hab ne Schotgen in der Hand. Und ich hab halt keine... Keine Möglichkeit kurz zu überlegen. So, dann ist jeder Name bei euch gleich. Was soll ich da machen? Da seh ich mich nicht in der Schuld. Ich weiß, das sieht jetzt unglücklich aus. Und der ein oder andere... Der Spectator denkt jetzt vielleicht. Oh Mann. Das hätte ich besser gemacht. Aber in der Situation. Im Eifer des Gefechts. Da hat man keine Ruhe. Da hat man nicht die Möglichkeit noch zweimal nachzudenken. Wenn ich jetzt in den Untergrund gehe. Findet mich so da irgendwie zu nie. Das hat eine angespannte Situation. Kevin, ich hab Schuldgefühle. Kleine... Hässige... ...Spultgefühle. Da fällt sich natürlich jetzt die Frage, Sola. Wo du bist. Wo du bist. Und wo ich bin. Alter, auf einmal machen meine Roller einen Krach und ich erschreck dich zu Tode. Was hast du denn da gemacht? Was machst du denn? Ja, Kevin. Wie gesagt, ne? Tut mir leid. Ups. Und sowas. Hm. Festgefahren. Könnte man die Situation beschreiben. Boah. Es juckt mich. Glaublich, ob Sola auch in Max-Kommentaren geflamed wird, wenn er was sich findet. Oder ob das ein Kanal eigenes Ding ist. Soll ich wieder? Nur ne Diegel? Oder läufst du mit ner Waffe rum? Manchmal frage ich mich, ob ich einfach Deceit bin. Die ganze Zeit, ob ich hier rede. Aber wenn niemand da ist. Das ist ungefähr so, wie wenn ein Baum im Wald umfällt, aber niemand da ist. Macht der dann trotzdem Krach? Und wenn ja, warum? Aber vielleicht ist bei der Krach des Baumes die Tino viel entscheidender. Ja, schade. Du warst das! Ja, what the fuck! Der war ja richtig schönes Mindgame, Captain. Danke. Aber die Map ist glaube ich zu groß, wenn du durchgehend in Bewegung bleibst. Das hat halt... Ich hätte... Ja, es stand immer auf dem Fleck die ganze Zeit. Echt? Wo stand der denn? Im ersten Etagen Parkhaus. Ich dachte... Ach, da kann man hoch? Ja, da kommst du hoch, wenn du über die Dächer gehst. Ich hätte ein Radar kaufen sollen. Fuck. Ich habe lieber eine Weste gekauft, weil ich denke im direkten One-O-One... Ich bin davon ausgegangen, ich finde ihn. Eieieiei. Das hat... Wenn du mich gefunden hättest, dann hätte ich das so mindblown. Ich bin auf einmal Head of Blood still. Schade. Schade, schade. Ich hab mich ehrenvoll ins Gesicht geschossen belässt. Dankeschön. Wenigstens nicht hinterrücks ermordet. Ja, ja. Einfach in dein Gesicht. Ehrenvoll ins Gesicht geschrotet. Ich habe jetzt übrigens Game of Thrones Folge 9 geguckt Staffel 3. War krass. War krass, hast du? War krass. War krass. War sick. Oh, verpisst du euch? Ich bin Inno. Geht weg. Bei mir sind Kutscha und Johnny. Äh, Kevin und Johnny. Niesmal auch wieder Inno. Ja, aber wohin? Ist ja... Hier bei mir Solar. Hallo Johnny. Hier ist Jona Schmidt. End of Traitor. End of Traitor. Irgendwie ist die Map so, dass ich immer exakt einen Spieler sehe, bevor ich sterbe. Wenn es Kevin. Vielleicht ist es immer noch bei mir. Meistens war es der, den ich gesehen hat, der mich getötet hat. Also das ist Max hochverdächtig. Aber das war richtig, Max hast du gesagt, Jona schießt und was, hast du ihn dann weggemacht oder was? Nein. Was? Ich habe einfach gerufen, ne Johnny habe ich doch so beschuldigt. Ne, ich habe gar keinen beschuldigt. Du hast nur da im Tisch geschlagen. Ne, ich habe einfach, ich habe einfach nur geschrien so, auf mich wird geschossen oder so und dann habe ich auf den Tisch gehauen. Ja. Das war schon gut. Ich habe es dir geglaubt. Ja auch. Hat sich nach einem hauptischen Wutausbruch angehört. Oh, 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 oh. Meine Hand tut auch immer noch ein bisschen weh. Also war konsequent. Hand of Blood halt, ne? Ja, ich mache halt meinen Stand selber. Da sind Waffen rumliegen, die man nicht aufnehmen kann. Ja, ich habe die Waffe angeschlossen, aber ich sie aufheben kann. Warte. Entschuldigung. Ey, hier ist Vlesk. Vlesk, was treibst du hier? Ich knie auf Parkplatz. Auf Parkplatz. Auf Parkplatz. Auf Parkplatz. Wo geht es denn hier hoch? Sag doch mal Vlesk. Ne Ahnung. Wo bin ich, ey? Bin schon die ganze Zeit hier. Jetzt weißt du, wie es mir geht in jeder Runde, Kevin. Natürlich Vlesk. Ey, die Map ist aber echt groß, ne? Wie hieß die nochmal? Weiß ich gar nicht mehr. Den Glück nehmen wir mich in der Map nicht auf. Ich würde wieder nur weg geflamed werden. Ne, keine Ahnung. Kann man die als Traitor eigentlich große Sachen machen? Nicht wirklich, ne? Ne, nicht wirklich. Doch, hier waren über viele Sachen. Ey, ey, ey. Willst du mich umbringen? Ja, komm her. Warum willst du mich umbringen? Ich will dich doch gar nicht umbringen. Ja, aber warum rennst du mir denn hinterher hier rein? Äh, das ist eine sehr gute Frage, Captain. Weiß ich nicht. Das weißt du nicht? Ne, weiß ich echt nicht. Wichser! Elendiger Wichser! Warte. Nice. Alter, er rennt sogar noch hoch und gönnt sich die Schrot, bevor er anfängt zu schießen. Er öffnet das Feuer und ich out-trade ihn. Lappen! Hand auf Random Kill, erfolgreich verhindert und eliminiert. Zack, zack. Du fangst ganz stark immer. Einfach beides. Ich mach einfach beides! So, das heißt, ich bin Proof. Ihr Lappen. Sola läuft da mit der Piste rum. Warum bist du gerade stehen geblieben? Ja, weil ich auf dich geämmt hab. Ah, warum hast du das gesagt? Hä, aber... Weil du auf einmal da hoch rennst. Komm, ich verpiss mich, du gehst weg. Wenn ich tot bin, ist es Sola. Okay. Ah, das ist verdächtig, Johnny. Das ist verdächtig. Verpiss dich einfach. Also Johnny ist verdächtig. Oh, da kommt auch hier hoch. Ach, never mind. Du findest den Weg ja nicht. Ne, das stimmt wirklich. Hallo. Oh, hallo. Das erste Mal, dass ich das sehe. Das ist halt echt so. Das gibt's dir, mein Lieber. Gut, und dir? Oh. 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 Oh, Nähdchen. Max? Ja? Ja. Kevin, du kennst doch den Weg oder weise mich. Wohin willst du denn? Irgendwo, wo ich noch nicht war. Ich war bisher... Wie komm ich hier hoch? Wie komm ich hier hoch? Da hoch? Ja. Weißt du das gleich selber nicht. Johnny, guck da uns an. Ich beobachte euch. Was hattest du gerade in der Hand, Kevin? Ne Glock. Ne Diegel. Diegel ist immer... ...innustiert. Glaube ich auch. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es Kevin oder Sola sind. Also passt da unten auf. Wieso Johnny? Ja, Johnny... Keine Ahnung. Der ist da nur oben und guckt. Der ist ziemlich verdächtig. Ja, aber wär der Traitor, würde er ja... Also um die Initiative jetzt mal zu ergreifen. Stimmt. Wo beobachtest du mich eigentlich? Sag ich nicht. Aber ist mir egal, du bist ja Proofed Inner. Denkst du? Ja gut, wenn ich den getötet hätte, wäre ich Safe Traitor. Ja stimmt. Wäre das nur ein Fake-Party wäre... Nicht dumm. Sag mal so. Max, wenn ich runterspringen würde, würdest du mich immer noch sehen? Ja. Ok. Weil da unten liegt ne Waffe, die ich haben will, aber ich hab eins, wenn ich weggemacht werde. Ne, dann... Ich seh dich nicht. Achso. Ok. Kevin? Ja. So, oder? Jo. Das ist für mich der typische Kevin-Runde. Warum? Der Junge hat Nerven. Oh. Max? Ei. Baby, ei. Da hast du hier oben? Oh. Er hat mein Versteck entdeckt. Genial. Ist mit. Als ob es dir so 10 Treppenstufen nach oben gibt und oben dann einfach ne Sackgasse ist. Was ist das für ein Design? Oh. Sehr richtig belastend. Äh. Leben noch alle. Jo. Fantastisch. Aber... Zola ist hier oben? Warte, ich bin nicht hier oben. Dann ist es Kevin. Ich bin auch nicht oben. Äh, das ist Zola. Ich seh hier hinten schon, ich bin hier unten. Du bist übel low, Max. Warum bist du so low? Scheiße. Max, ich bin hinter dir. Warum bist du so low, Max? Ich geb dir Feuerschutz. Ich bin so low, weil ich gegen Vles gekämpft habe und Vles getordnet habe und ein Traitor war. Warum soll ich denn weggehen? Ich will raus. Verpiss dich. Verpiss dich. Geh zurück, wo du herkommst. Wow. Ich bin einmal auf dem Dach. Weißt du, das ist ein Erfolgsmoment? Er ist es 100 pro. Er ist es 100 pro. Irgendwie habe ich mich beschäftigt. Kevin ist es. Kevin ist es. Wow, jetzt kann ich euch nicht mehr helfen, weil ich runtergefallen bin. Danke schön. Kevin ist es. Kevin ist es. Werde euch retten. Das ist nicht korrekt. Kevin hat Johnny getötet. Dies ist nicht korrekt. Ich habe niemanden getötet. Kevin hat Johnny getötet. Kevin, du brauchst dich nicht rausreden. Papalapap sag ich dann aber. Wie viel Wahrheitsgehalt hat diese Aussage? Zola, komm zu mir. Wo bist du? Da wo du erst warst. Ah. Jetzt wird dir sauber abgeaimt. Ja Johnny, tu mir leid, aber. Voll komisch, dass er erst auf dich geschossen hat und nicht auf mich, weil ich war quasi One-Hit. Sola, lebst du noch? What? 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 Was ist denn da passiert? Hat die Traitor-Hand irgendwas gemacht? Jo, in dem scheiß Parkhaus ist Wasser gestiegen. Okay, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich komme nicht mehr rein. Du hättest mich nie bekommen. Du hättest mich nie bekommen. Ja, da stand halt so Lock the Doors oder sowas. Ja, da stand halt so Lock the Doors oder sowas. Ja, du kannst gleich mal ausfluten. Easy! Alter! Ich war mir so sicher, dass du One-Shot bist. Dann hab ich schon wieder weggeguckt. Dann Peter hört. Irgendwie so. Alter! Oh, ich hasse ohne Witz dieses Wasser ansteigen, ne? Boah. Nee, du. Ich hab nur gelesen, dass es Lock the Doors oder sowas. Ja, du kannst Parkhaustüren schließen und dann... Ja, aber hast du beide geschlossen? Kannst du beide schließen? Weil es gibt ja zwei Türen. Ich hab keine Ahnung. Ich hab nur eine Türen. Lock the Doors steht da. So alle wahrscheinlich. Gott, also wieder viel Outplay-Potenzial. Geil. Doch, wahrscheinlich kommt man oben über das Loch schon wieder raus, ne? Ach, hier sind Treppen, Alter. Ich wusste halt nicht, wie die ganze Zeit da hochkommt, ey. Ich weiß gar nicht, wie man auf diese Dinger da hochkommt. Ich kenn auch nur einen Weg. Aber es gibt... Jetzt kenn ich halt den zweiten... Alter, was macht ihr denn da für eine Party? Jo, ist echt gut. Ja, wir feiern den, Junge. Ich gut Stimmung auf jeden Fall. Ey, ich schnüffle. Was geht? Was geht bei euch? Alter! I need a weapon! Alter! Ja, ab, Mann. Er ist wieder der komplette Vogel, ey. Johnny. Ja. Du den. Johnny. Warum sagst du Johnny und dann nichts mehr? Das ist creepy. Übel, Alter. Er sagt Johnny. Und jetzt ist hier niemand. Max möchte ungestürzt sein. Ja, ist gut, wenn du bist. Einmal Traitor. Aber dann weiß man wenigstens, was die Hände sind. Max, trebst du noch? Ja, ja. Oh, bless, 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 bless. Er hat Traitor-Sachen benutzt. Er hat Traitor-Sachen benutzt. Er hat Traitor-Sachen benutzt. Help, help, help. Ja, ja. Geh, geh zur Seite. Ja, ja, ja. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Okay, nice. Sola ist es auch noch. Ja, ich hab ihn einmal gehoppen. Bist du da hin? Ich bin... Der ist, der ist... Keine Ahnung. Irgendwo hinten. Ah, der ist mir rausgerutscht. Also, bei dir... Auf der Seite von dem... Ja. Nein, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ja, wirklich. Ja, das ist gut. Loisola... Ja, 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 ja. Be ready, be ready. Rein zu müssen ist so unangenehm. Du Vollidiot. Oh, du Vollidiot. Komm her. Kann das doch ehrenvoll klären. Im Duell? Na klar. Aim du gegen Diegel? Nein, ich hab keine Diegel. Gegen Scout. Dann wär's immer noch Unfall für dich. Oh, das stimmt. Unfall für mein Sportlerherz. Ach, da kann man hoch aufs Dach mit der Leiter. Stimmt. Ja, jetzt sollst du im Leben. Ja. Oh, gegen die Leiter. Ja. Manchmal frag ich mich echt, warum ich am und zu gut aime. Irgendwo zu so kackig. Ja, ey. Sehr schön. Ja, wie unlucky. Ich klicke auf dieses fucking Trader-Ding drauf. Geh durch die Tür. Stimmt Kevin und Max neben mir, ey. Genau auf der anderen Seite. Da steht doch der Tipp. Don't use it around innocently. Ja, woher soll ich so wüsste Luft an und sei da stehst du Dummkopf. Du bist selber der Dummkopf ansteigend. Ja, ja. Wie lange kennt ihr. Ja, schön frühe Runde. Aber dass Sola direkt handgreiflich wird, musste jetzt auch nicht sein. Ja, ich musste wissen. Ja, 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 ja. Ich hab immer ein Kevin-Logos-Logo gemacht. Ist by the way voll im Ghetto, ne? Fällt mir gerade erst auf. Was denn? Ja, die Map. Guck mal rundherum. Oh, yo. Oh, lal. Übelste Ghetto. Oh, hier war ich noch nie. TTC ist die Bernden-Map. Wie bei Johnny zu Hause. Was soll das denn jetzt? Johnny ist ja doch nicht so. Ja, was soll das denn sein? Bin ich ein bisschen kränkend? Wie kommt man denn jetzt da hoch? Jetzt war ich dreimal Trader in Folge. Wie hoch ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass ich viermal bin? Schreibt's doch in die Kommentare. Am besten Leute, die Mathe-Aufbau-Kurs haben in der Schule, weil die sind meistens schlauer. Gerade in Mathe. Und ja, lass uns uns einfach wissen, was so geht. Ja. Mensch, das würde mich aber interessieren gerade. Ja, same. Wie sehr würdest du dich interessieren? Okay. Schon ein bisschen sehr. Acht. Nee. Von 100 oder? Von 10. Ja, acht trifft's ganz gut, glaube ich. Ein bisschen sehr, aber nicht super sehr. Ah, ist sie, ist sie. Alter, das war riskant da, Vlesk reinzugehen. Du wärst schon tot bei mir. Hä? Ich bin hinter dir. Oh, du bist Traitor. Ja, siehst du, ich bin Confirmed Innocent quasi. Oder Confirmed Traitor. Äh, oder das. Ei, 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 ei. Hätte ich halt schon weggemacht. Also ich hätte dich schon weggemacht. Also ich hätte dich schon weggemacht, tatsächlich. Ey, Sola. Alter, was ist da los? Hula! Vielleicht verpiss dich von mir. Ich bin Industrier. Ich war jetzt dreimal in Folge Traitor. Ja, dann geh noch weg von dir. Ich war dreimal in Folge Traitor. Nee, geh nicht. Bin ich nicht. Vertrau mir. Hört auf euch zu streiten. Kevin, vertrau mir. Nein. Ich würde dich nie anlügen. Nein. Oh, ich hör was. Oh, das ist irgendwo. Johnny ist Traitor. Nimm Vlesk. Was? Yo, keiner benutzt dieses Ding außer du, ey. Na, Sola auch. Ja, das stimmt. Ich glaube, Johnny ist es hier überhaupt, wenn überhaupt, oder? Alter, wie kommt man denn da hoch? Mich kannst du nicht reinlegen, Johnny. Ich hab einfach... Wo willst du hoch? Nein, ich meine, du bist gar nicht ein Krüppel. Kevin. Kevin, wo willst du hoch? Ich will auf dieses in der Mitte hin. Ich weiß nur, dass das über das Parkhaus geht, aber da will ich nicht drüber. Weiß gar nicht, was... Oh, hier ist man tot. Nein, du musst, du musst... Nur das Tod. Okay. Ja, dann ist es Johnny. Was? Max dann. Du musst... Bei mir, vielleicht habe ich die ganze Zeit gesehen. Du musst in, äh, unten ins Park... Ja, hier. Genau. Loi, warum schießt er auf mich? Wichser, er ist auf. Wer ist es denn? Alter, hast du... No. Max und Johnny, oder? Ja, das können auch können. Leute, ich werde wahrscheinlich sterben. RIP. Es ist Max... Vlesk. Es ist Max... Scheiß Wichser, ey. Dig doch, er kann auf mich schießen, ey. Da kommt's! Nooo! Ich sterbe! Ich seh's auf. Ich hab Vlesk, nicht. Du weißt mich nicht. Nooo. Kleiner Vogel, ey. Ich hab Vlesk. Ich hab Vlesk. Ich schieß mich erst mal fertig kaputt, ey. What the fuck? Mach auf, die Tür. Oh. 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 Vlesk. Grüß dich. Wann, die war Traitor, hab ich gem 결과. Echt? Ja. Alter, in meiner Sicht, ey. Ich bin aus Versehen in welchem Sinn rausgetappt. Alter, Kevin schießt einmal auf mich, ich aktivier die Hand, vor ihm schließt die Tür und ich sag, er sauf. Ja, das war auch schön die Rache dafür davor, ey. Oh, Sola. Das war nichts, weil Sola da. Sola lockt bis hinterher, macht wieder sein Mindgame und diesmal war ich Traitor und hab ihn einfach weggeborgen. Ist das ein Mindgame? Ja, dieses Hallo, der hüpft ja die ganze Zeit vor mir rum wie so ein geistig Krampfer. Das war halt nur bei dir. Ich hab ihn, stehe ich da mit 50 HP. Ja, das war ein bisschen, das war richtig cocky, Johnny, muss ich sagen. Du musst dann auch abliefern. Dann hatte ich ihn geschossen und dann war mein Hit drauf und ich dachte, jo, der ist tot. Ja, aber wie selten one-shotted shotgun. Ich hab den gedodged. Nein, ich hatte, das war mein fünfter Hit oder so. Oh leu. Aber der, ich hab den in die, in die Säule gesetzt stattdessen. War ein bisschen mindblowing. Oh, okay. Ach, wunderbar. Oh, Alter, schon wieder Inno, ey. Nice. Schon wieder Inno. Oh man. Jetzt reicht es aber. Ich hab ne Explosion gehört, das ist schon wieder cool. Langsam ist es nicht mehr witzig. Es reicht mir. Johnny? Sola? Hinter dir, pass auf. Oh, hier brennt irgendwas. Ich bin hinter dir. Das war auch schon bei Kevin, ey. Kleiner Feuerteufel, Kevin, ey. Kevin. Du kleiner Feuerteufel. Bei mir Johnny, bei mir Johnny, bei mir Johnny. Bei mir ist Max. Sola, hallo. Hä, wo, wo, wo ging das hier lang? Wo willst du ihn hin? Ne, nicht zu dir. Ich bin Master auf der Map. Nein, geh weg. Ja, ich will ja auch weg, aber da hinten ist halt Ende der Map. Hier ist Sola. Ne, Kevin, Kevin. Hallo. Schön, dass du dann erstmal Hallo sagst. Hallo. Ah, was war das? Neben mir ist was explodiert. Alter. Und Johnny hat in meiner Richtung geguckt. Ja, ich weiß. War bei dir, aber... Die Hand, die Hand. Irgendjemand hat neben mir grad so ne Hand aktiviert. Und da ist es hochgegangen, aber ich lebe. Ich hab das ne Hand. Oh. Ja, die, die Schildkröten sind explodiert. Klar war das so. Was macht die denn da? Da war das da hinten? Du hast recht. Ach. Ne, hä? Hallo. Hier ist Johnny. Eieieiei. Oh, what? Kevin oder Vlesk sind tot. Ne, Sola ist glaub ich tot. Echt? Aber Kevin ist hier grad langgegangen. Ich lebe noch. Kevin lebt noch. Achso. Da ist der Korps. Sola ist es. Ja. Kann ich bestätigen. Ich stand direkt neben Vlesk. Ja und jetzt kann ihm mal jemand entdingsen. Ja, Vlesk entdings ihn doch. Kann ein Traitor? Vlesk. Was denn? Ja, sein Buddy. Oh, ja mach ich eben. Okay, Vlesk und Johnny geben zero fucks. What? Was für zero fucks? Ja. Da war innocent. Ja, 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 ja. Kevin, ober, ober, ober. Okay, okay. Ja, bei Johnny. Pass auf, links dann auf Max. Ach, auf einmal interessieren sich. Ja, aber du hast jetzt schon Team-Tech oder was? Ja, ja, siehst du? Ja, also ich vertraue dir mehr als euch beiden. Aha. Ich hab' beschossen. Von wem? Das ist ne gute Frage. Du solltest vielleicht einen Namen dazu sagen. Ansonsten ist ein bisschen schwierig für uns. Okay, ich schätze, Vlesk hat gerade Johnny. Oh. Oh. Ich bin halt nach wie vor innocent. Ja, ich. Na klar. Da wurde es ihm klar so. Oh no. Oh, Meno. Vor allem so. Ich bin nach wie vor innocent. Ja, klar. So richtig scheiße, Alter. Oh Mann, oh Mann. Fickt euch. Fickt euch. Fickt euch. Fickt euch. No. Ah. Nein, nein, nein. Nimm mal im Untergrund. Nein, Stavina. Alter, was kommst du mit der Waffe hier um die Ecke an? Hey, hey, hey. Verrat nix. Hey, was hat er für ne Waffe? Man Launcher? Die richtige Wumme, Alter. Ich hab'n großes Gerät gerade in der Hand. Ein richtig dickes Ding hat er. Oh Mann, ey. Es dauert noch vier Minuten oder so. Ja, jetzt kriegst du hin. Nicht die Hoffnung verlieren. Ihr Mixer, ey. Oh. Oh. Tot, Vlesk? Ja, er ist in der ersten Etage. Und... Und was? Oh, bei der. Hehehe. Hat die große Wumme nicht geholfen oder was, Vlesk? Ach, bitte, ey. So, mittlerweile ist ja auch Radar ausgelaufen, nicht wahr? Radar kann ja nicht auslaufen. Hm, genau. So, dann such' mal. Mein Schatz. Hier ist mein hier, äh... Dingens. Äh... Mondstulle. Bei dir. In der Mondstulle. Das klingt interessant. Kranz mit Mond. Ja. Fuck! Hat's doch noch Radar! Scheiße! Ja, Rambo, ey! Hast du die, hast du die Rambo-Waffe gehabt? Jaja. Bam! Mit der Minigun die. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ca. Max hat mich gerade ein bisschen auf-playten, muss ich sagen. Ja, excit. Ich würd' auch wieder ziemlich hart auf-playt an der Stelle. Haha, wieso? Was passiert? Naja, also... Wes Sprar ist durch die Schülkröten kaputt gegangen. Oder? Herrhaft? Nee, der hat mich einfach hinterrücks ermordet von hey... Alles klar, das war eine weitere Runde. TTT, nächstes Mal Johnny. Tschüssi.